Musik Du warst deutsche Weinkönigin und bist gelernte Witzerin und 2022 hast du deinen eigenen Wein auf den Markt gebracht. Was hat es denn mit diesem Wein auf sich? Mein erster eigener Wein, da war es mir wichtig, dass der auch mit meiner Herkunft eine Assoziation hat. Deswegen habe ich ihm den Namen Nevo gegeben. Nevo aus der Sprache der Sinti bedeutet Neues oder Neuanfang. So neu wie ich in dem Beruf quasi und so neu mein erster Wein dann auch war und auch in dem Barrikfas, in dem er gereift wurde. Und ja, mit dem Wein sammle ich jetzt schon im dritten Jahr Spenden. Zwei Euro pro verkaufte Flasche für ein Bildungsprojekt für junge Sinti und Roma und bin ganz glücklich, wie toll der Wein angenommen wird und dass man über den Wein eben auch ins Gespräch kommt über meine Herkunft. Wie hast du denn deine Bekanntheit als deutsche Weinkönigin noch genutzt, um auf deine Herkunft aufmerksam zu machen? Ja, also ich habe, als ich deutsche Weinkönigin geworden bin, schon das Potenzial gesehen, jetzt wo ich in der Öffentlichkeit stehe, quasi dann auch diese Öffentlichkeit zu nutzen, um eben auf Themen wie Rassismus aufmerksam zu machen, den Antiziganismus, der eben immer noch in Deutschland herrscht. Und habe das damals dann auch abgesprochen mit dem Deutschen Weininstitut, die eben die Majestäten koordinieren und die fanden das auch ganz toll. Und dann habe ich eben quasi mich wie geoutet und habe mit der Presse, mit Menschen, denen ich begegnet bin, eben über Sinti und Roma gesprochen, ihnen erklärt, woher sie kommen, was sie ausmacht und vor allem darüber aufgeklärt, warum diese Vorurteile einfach sehr belastend sind und ein großes Problem immer noch sind heutzutage. Und das war sehr schön, dass ich da diese Bühne quasi bekommen habe, um ganz offen mit den Menschen darüber zu sprechen. Lass uns doch mal zurückgehen in deine Kindheit. Du bist ja in eine Sinti-Familie reingeboren. Mit welchen Werten oder mit welchen Traditionen bist du denn aufgewachsen? Genau, also mein Papa ist eben Deutscher, meine Mama ist Sintitzer und ich habe beide Kulturen miterlebt und bin mit aufgewachsen. Und auf der Seite von meiner Mama bin ich natürlich mit der Sprache aufgewachsen, mit dem Romanes. Ich sage mal, die Familie von meiner Mama empfinde ich immer als sehr, sehr lebensfroh. Also es sind alles sehr lustige und sehr offene Menschen. Die Musik spielt eine sehr wichtige Rolle. Also wir haben auch schon in meiner Kindheit immer Musik gemacht, wenn wir irgendwie zusammengesessen sind, ob wir gesungen haben oder Gitarre gespielt oder getanzt. Das war irgendwie immer Teil der Familie. Und einfach, ja, genau, Familie. Also dieser Zusammenhalt, dieses wirklich füreinander da sein, das habe ich ganz, ganz intensiv immer wahrgenommen. Und es ist eben eigentlich auch so die Überlebensstrategie der Sinti und Roma gewesen, um eben gerade auch, sage ich mal, das, was in der Vergangenheit alles passiert ist, gut zu überstehen. Und über deine Wurzeln? Wann hast du dann darüber gesprochen? Oder hast du überhaupt in der Schulzeit mit Klassenkameraden, mit Freunden über deine Wurzeln gesprochen? Also meine Mutter hat mir eigentlich von klein auf immer gesagt, dass ich nicht darüber sprechen soll, weil es einfach immer Vorurteile gibt und viele Menschen damit eben nicht umgehen können oder man dann anders angesehen wird oder nicht mehr mit einem gesprochen wird. Und deswegen hat sie mir immer gesagt, ich soll das wirklich nur Menschen anvertrauen, die sehr gute Freunde sind. Und so habe ich das auch gehandhabt, habe das wirklich nur Menschen erzählt, denen ich vertraue. Trotzdem kam das irgendwie immer mal durch. Ja, ich sage mal, das ist halt so auf dem Dorf, ja, wird gesprochen und das hat mir schon Probleme auch bereitet. Aber jetzt, je älter ich geworden bin, kann ich anders damit umgehen. Und eben gerade durch meine Amtszeit habe ich gelernt, ganz offen mit meiner Herkunft umzugehen und ganz offen darüber zu sprechen. Und da bin ich sehr froh, dass ich diesen Luxus, sage ich mal, auch habe, so darüber reden zu können. Das kann leider auch nicht jeder, ja. Als du in den jungen Jahren, als du noch ein Kind warst, nicht über deine Herkunft oder nicht über deine Wurzeln sprechen wolltest oder das vielleicht auch ein Stück weit von deiner Mama so gelernt hast, hat dich das ein Stück weit vielleicht auch zu einer Art Außenseiterin gemacht, weil du dich gar nicht richtig öffnen und anvertrauen konntest? Oder wie war das damals als Kind für dich? Also ich sage mal, diese Strategie hat mir leider damals nicht viel geholfen, weil sehr früh dann doch schon rauskam, dass meine Mama eben diese Wurzeln hat und das dann dafür gesorgt hat, dass ich von anderen Kindern eben gemobbt wurde und ausgegrenzt wurde. Dadurch hatte ich eigentlich gar nicht mehr die Chance, auch so darüber sprechen zu können. Sag mal, die Katze war dann quasi schon aus dem Sack. Und ja, dadurch hat sich die Frage mir eigentlich nicht gestellt, sondern ich habe mich eigentlich dadurch dann auch wirklich wie eine Außenseiterin gefühlt und mich auch sehr zurückgezogen, war immer sehr, sehr introvertiert als Kind und sehr sensibel. Und ja, das hat mich eigentlich durch meine ganze Schulzeit so begleitet. Was waren das denn genau für Mobbing-Erfahrungen, die du damals in der Schule sammeln musstest? Also es waren ganz unterschiedliche Dinge. Einmal habe ich als Kind in der Grundschule mitbekommen, dass Eltern eben ihrem Kind gesagt haben, dass sie nicht mit mir spielen sollen. Ich habe das damals natürlich als Kind auch gar nicht so richtig verstanden, was da passiert. Dann waren es aber auch einfach Beschimpfungen mit dem Z-Wort, wo ich dann einfach beleidigt wurde, wo Witze auf meine Kosten gemacht wurden. Ich teilweise auch körperlich angegangen wurde. Und ja, dadurch war ich halt immer eben die Außenseiterin. Und das hat sich erst für mich geändert, als ich dann von der Realschule aufs Gymnasium gewechselt bin und quasi wie nochmal einen Neuanfang für mich hatte, weil mich niemand kannte. Und dann konnte ich eben das so ein bisschen steuern, wie ich über meine Wurzeln spreche. Und dann kann ich das so ein bisschen steuern, wie ich bin. Was fehlt denn deiner Meinung nach im Geschichtsunterricht hier bei uns in den Schulen, was seine Herkunft angeht? Ja, also wenn ich an meinen eigenen Geschichtsunterricht zurückdenke, dann spricht man natürlich sehr viel über die NS-Zeit auch. Aber dass Sinti und Roma eben auch Opfer der NS-Zeit waren, darüber wird sehr selten gesprochen. Oder es wird mal in einem Nebensatz erwähnt. Und meiner Ansicht nach ist da viel versäumt worden, weil eben gerade erst Anfang der 80er Jahre überhaupt mal anerkannt wurde, dass dieser Völkermord stattgefunden hat, der Sinti und Roma. Dadurch gab es eben auch für die meisten Überlebenden keine Entschädigung, beziehungsweise sie waren dann schon verstorben, bevor es dazu kam. Und ich würde mir einfach wünschen, dass man eben über Sinti und Roma, über ihre Geschichte, warum sie seit 600 Jahren in Deutschland sind, immer noch nicht irgendwie als Teil der Gesellschaft wahrgenommen werden. Über all das sollte man eigentlich mal sprechen. Und ich glaube, die Schule wäre dann ein guter Angriffspunkt, weil man sonst im Leben einfach nicht mehr nochmal diesen Bezug hat oder eben Sinti und Roma mal persönlich kennenlernt. Heute wirkst du ja unfassbar stark. Und du bist eine Frau, die darüber einfach sprechen kann. Und du scheinst es auch alles verarbeitet zu haben. Aber wie sah es denn damals in dir aus? Das freut mich erstmal, dass ich den Eindruck vermittel. Ich fühle mich auch stärker, ich fühle mich auch selbstbewusster. Aber dieser Teil in mir, der ist bis heute auch noch da. Dieser unsichere Anteil, der immer mal wieder auch hochkommt in bestimmten Situationen. Das hat sich vor allem durch ein sehr, ja, sag ich mal, geringes Selbstwertgefühl geäußert. Also ich habe von jungen Jahren an immer sehr Probleme mit mir selbst dann auch gehabt. Ich habe immer an mir selber gezweifelt, dachte, ich bin nicht gut genug und man mag mich nicht, ich gehöre nicht dazu. Und das hat sehr an mir genagt. Und einfach weil ich auch von Kind an sehr sensibel war, hatte ich da einfach auch nicht viel entgegenzusetzen. Auch wenn ich von meinen Eltern natürlich immer einen anderen Input hatte. Aber das ist natürlich sehr schwer, solche Erfahrungen dann auszugleichen. Und ja, ich bin dadurch stärker geworden, absolut. Ich kann anders mittlerweile umgehen. Aber so ab und zu zeigt sich das doch noch. Und da ist das schon noch in mir drin, dieses verletzte Kind. Du leistest ja jetzt schon seit einiger Zeit viel, viel Aufklärungsarbeit. Wie willst du das denn in den nächsten Jahren fortführen? Und was möchtest du den Menschen mit auf den Weg geben? Ja, also ich möchte eigentlich genauso weitermachen wie bisher. Ich möchte mit vielen Menschen in Kontakt kommen, die eben offen sind, auch darüber zu sprechen. Ich will das nie jemandem aufdrängen. Aber ich habe einfach gelernt, dass viele Menschen ein großer Wissensdurst zu dem Thema auch begleitet. Und das hat mich einfach sehr gefreut und hat mir auch viel Hoffnung gegeben, dass eben Menschen, wenn sie mehr über unsere Kultur erfahren, über unsere Geschichte, dass sie dann ganz begeistert sind und erleichtert sind, auch endlich mal eine handfeste Information, sage ich mal, zu bekommen. Und deswegen würde es mich einfach freuen, noch mehr Menschen von unserer Geschichte zu erzählen und so dem Rassismus entgegenzuwirken und einfach zu zeigen, wir sind alle eine Gesellschaft. Und je bunter, desto schöner.